Vielen, vielen Dank an Sensory Minds in Offenbach, dass Sie uns nominiert haben. Das ist eine geniale... Wir würden jetzt gerne nominieren die WK-Fachmedien aus Bünden, den ZVAI aus Frankfurt und... Und, ja, an der Stelle möchte ich es noch ein bisschen spannender machen, weil hier geht es ja nicht nur um eine lustige Sache und um ein paar Liter Eiswasser, sondern hier geht es eigentlich um eine ernste Angelegenheit, nämlich um eine Spende. Aber wir möchten da noch eine kleine Bedingung dran knüpfen an diese Spende. Und zwar möchten wir, dass alle drei Nominierten innerhalb der nächsten 24 Stunden an dieser Aktion teilnehmen. Und dann würden wir auch eine Spende sozusagen platzieren in Höhe von 100 Euro. Das ist unsere Bedingung und wir nominieren das Team. Wer muss jetzt was sagen? Eins, zwei, drei! Jeden Tag noch... Jeden Tag noch ... неп first! Jeden Tag noch ein St는데요. Jeden Tag noch nicht! Das ist Aviat-Palat! Jeden Tag noch ein kleinerer.